Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rebellion. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen noch mal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe. Bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Renrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Renrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Renrock in Schach zu halten, ist Lodgok ihr Verbündeter. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Hallo. Schön, Dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Willkommen im Eberkopf. Revelion. Setzen Sie, wo Sie wollen. Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde Sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um Ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Hm. Tja, wenn Sirona Ihnen traut. Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Kobold-Relikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut. Ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden. Und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Ich vermisse mein eigenes... Ich vermisse mein eigenes... Ich vermisse mein eigenes... Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Irrtkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu tun. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Was haben Sie jetzt vor? Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte, passen Sie auf. Reveilion. Reveilion. Motten. Seltsam. Expelliarmus. Kontingo. Achille. Lumos. Bei Merlins Bart. Reveilion. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Ich muss wohl noch weitersuchen. Lumos. 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 um. Ich muss nur noch weitersuchen. Was fürs한 d liv Kalim kann sein. Mirk pw&g pustert nicht für den Pin. Man muss mit drei übers98 Eurohörungen bringen, Busung mit zwei Bluchtruppen точhmm... Aber Josias und die nehmischen Luftraube soan gibt es ein Signal finite. Bis dannüss. Ich glaube, hier ist noch jemand. 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 Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Ich glaube, hier ist noch jemand. 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 Ingenie! Expelli out! Rebellion. Lumos. 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 Lumos! Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davon gemacht. Lodgok wird sich ärgern. Den sollte ich Lodgok zeigen. Rivelio. Es gibt ein Mechanismus zum Öffnen der Tür. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvor gekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrog einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich kümmere mich darum. Gut. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrog gutzustellen. Unerträglich! Unerträglich!